Yo, yo, yo Leute! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Rising 4. Wir sind hier immer noch unterwegs mit der Muskete und ein Dankeschön, dass du da draußen auch wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Mann, 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 gestern gab es eine Doppelfolge, vorgestern gab es eine Doppelfolge. Wird es heute auch wieder eine Doppelfolge geben? Das wissen nur die Götter. Oder ihr schafft es mit euren Bewertungen? Denn der Support ist wirklich wahnsinnig gut. Also von mir ein dickes, fettes Danke. So, was machen wir? Eine neue Hose wäre ganz gut. Würde ich mitnehmen. Okay, wo gehen wir hin? Also, wir sind hier. Wir sind... Moment, wo sind wir? Wir sind... Hier. Hier drüben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier so rum, dann hier hin und dann gehen wir hier zu dem alten Piratenschiff. Und dann gibt es Piraten, die wir zerfetzen. Zombie-Piraten. Boah, Zombie-Piraten. Das wäre cool. Okay. Abgemacht. Zombie-Piraten. Dann nehme ich noch hier drüben den Bauplan mit. Ja, so viele Zombies. Aber wie habe ich damals geschossen mit der Muskete? Ich habe es nicht nochmal hinbekommen. Oh! Jemand braucht Hilfe. Frank! Beil dich! Steh hier nicht rum und fahr mit dem Chuchu-Zug. Hilfe! Ich bin unterwegs. Oh! Verdammt! So viele Zombies. So viele Blue-Jeans. Ich bin eingekreist. Ich rette dich, Bruder. Für den Bonus. Für die Erfahrungspunkte. Für Level 54. Für die Menschheit. So, hier. Weggedabbt. Einer noch. Oh, jetzt kommen die anderen hinterher. Das ist immer so nervig. Alles klar, sehr gut. Verpiss dich! Sprengfleisch. Ich habe Sprengfleisch. Der Klassiker. Oh! Bin ich Level 4 geworden? Nein, ich bin Level 3 und auf dem Weg zu Level 4. Okay, was haben wir hier schönes? Waren wir hier schon mal drin? Skater-Shirt. Besitzen wir bereits, oder? Skater-Shirt. Ja, natürlich. Äh, Moment. Hier will ich hin. Was haben wir hier schönes? Ein Eispickel. Und du hier? Ein Speer. Klamotten. Baupläne. Erstmal schön das Gesicht runtergezogen. Neue Hosen. Ich hätte ganz gerne neue Hosen. Ah, die Lederjacke ist alt. Was haben wir hier schönes? Joa, kann man machen. Hosen wären mir aber lieber gewesen. Der Flaming Allstar. Wieso eigentlich immer da oben diese Blutanzeige ist? Habe ich bis heute nicht gecheckt. Warum da oben immer so ein bisschen Blut angezeigt wird. Bekommen wir dadurch Lebensenergie? Oder was passiert genau dabei? Na, Jungs? Wer will sterben? Du hier? Aber gerne doch. Aber gerne doch. Kein Feuerschutz heute. Oh, Cupcakes. Und ein Energy Drink. Die nehme ich mit. Syphilic. Syphitastisch. Okay, ich will den Bauplan. Oh nein. Freshies. Fucking fresh. Oh, fuck. Waren wir hier schon drin? Yep, hier waren wir schon drin. Alles klar. Jetzt bin ich so ein Mall Cop. Frank West sorgt für Ordnung im Einkaufscenter. Okay, hier drüben ist der Bauplan. Ach, hier sind wir im Startgebiet. I remember this shit. Lass mal durchsprinten. Genau, hier haben wir angefangen. Ach, hier war ein Bauplan. Den habe ich am Anfang gar nicht gefunden. Ah, bin ich hier richtig? Es könnte sein. Oder auch nicht. Oh nein, sagt bloß, hier ist wieder irgendwo im Verborgenen. Obwohl, warte, ich habe was gehört. Ich höre den Bauplan. Bauplan. Ah, hier drüben drin. Oh, da komme ich ran. Sehr gut. Der Pinguin. Ah, okay. Okay, den kennen wir bereits, aber der ist ganz witzig. Deswegen bauen wir ihn. Mhm. Tja, weg mit dir. Und los geht's. Kann ich irgendwas hier mitbauen? Noch ein Eisschwert. Na gut. Habe ich jetzt zwei? Ach ne, ich habe ja eins verloren. Ich habe irgendwie eins gedroppt. Vergessen mitzunehmen. Joa, passiert. Ich meine, die Dinger kannst du immer wieder bauen. So, wir hätten den Shit. Noch hier drüben hin. Was gibt es hier Schönes? Ein Katana. Katana ist geil, oder? Damals in... Fall in den Schädel. What the fuck? In Dead Rising 1 war das Katana die beste Waffe. Katana war King. Oh. Was haben wir denn hier? Bezauberndes. Oh, der Chefkoch. Wie geil ist das denn? Yes, Baby. Alter. Richtig nice, oder? Aber die Hose fehlt. Irgendwo hier muss es die... Warum finde ich keine Hosen mehr? Dieser Mann braucht ganz, ganz dringend eine Hose. Ja, dann du. Baby, wo steckst du? Ich will dich tatschen mit meinem Katana. Ah, hier steckt ihr. Na? Katana Power. Da fliegt ihr die Maske runter. So, erstmal schön hier die weggeräumt. Hier kommt ein Albtraum. Ich sehe nichts. Was zur Hölle? Die Alte ist buffed. Oh, die hat eine Axt. Oh, sie hatte Chips. Tödliche Chips. Warte mal, wenn ich das hier mitnehme, kann ich da was bauen? Was könnten wir denn droppen? Ja, ganz kurz den Säurehammer. Ein Flammschwert? Hm, Klingenfeuerwerk. Na, meinetwegen. Irgendwie müsste es noch so ein Eishammer geben. Säureschwert. Wäre ganz cool. Spaghetti. Ich nehme mit die Spaghetti meiner Mama. Hm, diese schmecke gut. Alles klar. Wie? Überlebender. Frank West. Rettet den Tag. Wo bist du, Bruder? Sag nicht oben. Event in der Nähe. Ich komme. Irgendwie, irgendwann. Oh, hier geht es nicht durch. Nein. Oh, shit. Wäre ich noch nicht gesprungen. Halte durch, Bruder. Ich komme nach oben. Oh, diese Zombies slown mich so dermaßen aus. Was ist das hier? Ach so, ich dachte, da würde irgendwas liegen. Wie geht es dir nach oben? Gott, ihr geht mir so auf die Nerven. Der Typ ist so gut wie tot. Wir alle wissen, Überlebende sind nicht besonders intelligent. Und hier geht es nirgendwo hoch. Ich bin genau in die Zombie-Pit gesprungen. Dass man hier nicht durchkommt. Geh hier hoch. Hier hoch. Dahin. Nein. Och Gott, die haben auch wirklich eine Überlebenserwartung. Lächerlich. Toll, der Mann ist gestorben. Ja, da musst du gar nicht rumbimmeln. Ich bin sauer. Fuck. Ich habe ihn verloren. Das ist alles meine Schuld. Wäre ich noch nicht runtergesprungen. Ich dachte, der wäre unten. Ich dachte, unten würde es weitergehen. Oh. Oh, oh, oh. Schlüssel. Nein, will ich ganz gerne mitnehmen. Dankeschön. Was haben wir hier schönes? Oh, noch was zum Sprengen. Mann, mein Inventar ist so proppevoll. Hier, spiel da mit. Oh. Oh, oh. Okay, die Dinger sind nice. Die hatten wir zwar schon, aber immer wieder gut. Achtung. So, wir nutzen sie. Ah, mit Denkung. Immer wieder gut. Um jemanden ordentlich wegzufetzen. Spiel damit. Weil ich will mir das Knallbonbon mitnehmen. Scheiße, scheiße, scheiße. Da spritzt die Zombie-Suppe. So muss es laufen. Und jetzt hier, zack, für mich. Nicht das Bier. Genau dich habe ich gesucht. Du bist der Shit, den ich brauche. Was war denn das eben gerade? Die haben Sterne verloren. Okay, hier drüben gibt es wohl wieder so ein Panic Room. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich hinkomme. Ich will jetzt erst zu den Piraten. Warte mal, der Panic Room könnte hier sein. Möglicherweise. Die Garage öffnen. Wäre eine Idee, oder? Ba, 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 ba. Ihr müsst mir nicht immer an den Schwanz lagen wollen. Man kann es auch übertreiben, Jungs, Mädels. Mädel, Jungs. Okay, das Ding ist irgendwo tief im Verborgenen. Ein Überlebender. Bist du da hinten? Sag mir, dass du da hinten bist und dass ich dich retten kann. Hilfe! Bin unterwegs! Einen Absträcher mehr? Okay. Okay, ich habe gewonnen, oder? Boris! Nee, habe ich nicht. Nichts mehr mit, lieber Honkel Frank! Ihr habt mich in die Ecke getrieben! Boris! Halt durch! Oh, Alter! Der Zombie! Wie der eben gerade abgeflogen ist. Boris, hinter dir! Hinter dir, Boris! Boris, der Metzger! Oh, der Blast from the past. Den nehm ich mit. Muss nur ganz schnell hier ein bisschen... So, bitteschön. Achtung, ich hebe dir auch einen mit. Oh, das war ein Tackle. Alter, was für ein Chaos mittlerweile, oder? Komm schon, die müssen tot sein. Galaktisch. So, wo ist der Blast from the past? Blast from the past. Hier. Ach, das war das Ding. Oh, das war gar nicht so besonders. Ich dachte, das wäre irgendwas Geileres. Also, ich bin fast da. Der Weg ist weit. Hässlich. Stinkend und anstrengend. Aber wir haben es fast geschafft. Kann man hier Klamotten mitnehmen? Hilfe, wo denn? Ach so, ihr seid böse, Jungs. Ihr bekommt keine Hilfe. Ihr bekommt keine Hilfe. Feuerwerk wäre ganz gut. Irgendwas, was kracht. Irgendwas krachiges. Und Hosen. Ich finde immer noch keine Hosen. Ich bin nur noch auf der Suche nach neuen Hosen, die zu meinem tollen Outfit passen. Ach, da ist ein Zombie im... What? Da ist ein Zombie drin. Okay, wer will jetzt schon wieder Hilfe, gut oder böse? Irgendwie wollen wir nur noch die Bösen Hilfe. Erstmal schön hier reingetackelt. Ich brauche hier Hilfe. Den Irren besiegen. Wer braucht denn Hilfe? Ich würde ja helfen, wenn ich könnte. Ich bin Frank West. Ich werde nicht sterben. Auf der Suche nach neuen Hosen. Moment, hier soll es Kleidung geben? Nuttenstiefel? Bitte, Hilfe! Damenschuhe. Ich habe Damenschuhe gefunden. Ich glaube, das ist ein Anfang. Vielleicht noch den Kaffee hier mitnehmen, wenn wir jetzt gleich ein Psycho aufmischen wollen. Ich bin am Leben! Was bist du hier? Vorschlaghammer. Ah, nee. Noch ein paar schöne Slipper hier oder so. Wie, jetzt nur ein Satz Damenschuhe? Mehr ist hier nicht zu holen. Das ist fies. Das ist aber frech. So, wer will Hilfe? Ich brauche Hilfe! What? Wie, jetzt ist er verschwunden? Hä? Was ist passiert? Wenn ich mich da... What the fuck? Ah, nee, er ist noch da. Ich dachte schon. Das wäre jetzt echt mies gewesen, wenn er verschwunden wäre. Ich gehe den ganzen Weg hier hin. Oh, neue Klamotten. Das nenne ich mal... Das nenne ich mal... Mehr! So. Warum arbeiten wir nicht zusammen, Leute? Ich meine, wir könnten so ein schönes Team sein. Oh, der hat nen Exo-Anzug. Der Kollege hat nen Exo-Anzug. Gib mir den Anzug! Gib mir den Anzug! Was ist das hier drüben? Ist das ein Telefon? Nein! Ne Security-Karte. Bam! Oh fuck, ich hab wenig Lebensenergie. Was haben wir hier Schönes? Damen-Arbeitsschuhe. Hammermäßig. Erstmal heilen und... Getränk mitnehmen und... Lebkuchen! Oh, Weihnachtsstimmung! Ein bisschen Lebkuchen. Ach, das Kleid kann ich nicht mitnehmen. Oder das da hinten. Was brauche ich hier nochmal für den... Sacki-Facki 3000? Hm. Egal, ich bin im Moment eh so derbe ausgerüstet. Passt so, geht so. Kann man machen, so. Oh oh, komme ich hier nicht durch? Ah doch, hier drüben ist offen. Bin unterwegs! Wer will Hilfe? Zwei Psychos? Psychos on Ice? Oh shit! Psychos on Ice! Unterwegs, ma'am! Frank! West! Frank the Tank! Oh, Freshies! Freshie! Wie gesagt, ich bin unterwegs. Yikes! Äh, Moment. Vielleicht doch lieber hier unten. Ah, hier oben ist noch ein Medikits. Ah ne, ein Energy. Ich brauche Hilfe! Was zur Hölle? Haha! Haha! Wow! Das ist echt fies! Alles klar, ähm, ich bin unterwegs. Haha! Er ist der Prinz der Preise. Go! Au! Ich bin stilvoll! So! Captain Speckbart! Du bist Captain Black Friday beards nicht besitzt! Du bist tot, Kumpel. Du bist tot! Das war so easy! Du bist tot! Ja! Alter, das Spiel ist so fucking weird. Auf so vielen Ebenen. Ähm. Moment. Was haben wir hier schönes? Ein Eisschwert. Gut. Besitze ich selbst. Ah, hier oben ist noch jemand. Oh, ein Exo. Ihr habt ein Exo. Ihr Fuckers habt ein Exo. Gut. Aber was fehlt denn noch? Ach, hier ist noch einer. Die ganze Crew muss sterben. Ah! Oh! Ah! Oh, ich kann Pirat sein! Ich will Pirat sein! Arr! Kratzt irgendwie. Cyber Pirat. Arr! Business Pirat. Ringo Pirat. Mach das mein Gesicht, Dick? Piratenhut. Ja, ja. Echt? Ja, genau so will ich aussehen. Moin. What the fuck? Plötzlich auf einmal irgendwelche Haie. Killer Haie! Okay. Okay, nichts zu danken. Bitte gerne. Crazy Shit. Arr! Oh, sie hat eine Schatzruhe. Wow, habe ich hier eben gerade noch ein Ding bekommen. Oh, bekomme ich hier neue Hosen. Oh, Piratenhosen. Piratenschuhe. Kann ich hier nehmen? Ha! Okay, warte mal. Gibt es hier noch irgendwas cooles, Piratenmäßiges, das ich unbedingt brauche? Kann ich hier so eine Vergewaltiger-Kapuze haben? Ich hätte gerne so ein Clan-Mützchen. Ja, aber wer braucht der denn jetzt Hilfe? Ich meine, habe ich jetzt irgendjemandem mit meinen Taten geholfen? Was gibt es hier Schönes? Vakuum-Power-Up. Oh, eine Piratenkanone. Auch sehr verlockend. Ey, die Missionen sind so merkwürdig designt. So durch das Spiel. Ich meine, mir macht es Spaß, ja? Weil ich halt Dead Rising-Fan bin. Aber Teil 3 war natürlich viel, viel besser. Und von den anderen Teilen müssen wir gar nicht erst anfangen. Au! War tiefer als erwartet. Karibik Edition von Jingle Bells. Oh, hier könnte ich ein neues Fahrzeug vielleicht bekommen. Wenn die beiden hier so, so schön stehen und hier drüben irgendwo ein Bauplan zu finden ist, dann gibt es doch bestimmt irgendein neues, mega geiles Fahrzeug. Bauplan? Bist du oben auf dem Dach? Hä? Bin ich blöd? Ich höre ihn. Aber ich sehe ihn irgendwie gar nicht. Ah, hier drüben ist er drin. Ah, das ergibt Sinn. No! Wie komme ich da ran? Es muss irgendwo hier einen Schlüssel geben. Aber! Eine Sache machen wir noch. Jetzt komme ich hier wieder nicht rein, oder? Au! What the fuck? Was hast denn du da? Alter, wie cool ist das denn? Was schießt denn du? Schwertfische! Der Fischwerfer! Dankeschön. Jetzt ergibt mein Leben endlich Sinn. Habt ihr das keile gesehen? Die Fische leben noch. Ach, wie gut ist das denn? Wie kann ich den bauen? Den brauche ich. Der ist ja der Hammer. Guck mal, der Fisch. Lebt und schlackert so durchs Gesicht. Oh, ich brauche so ein Ding. Ich brauche den Fischwerfer. Das ist ja der Mega-Shit. Strandball! Die sind ja ganz nett, aber! Ah, aber, 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 jetzt, lass mir doch mal hier ein bisschen Space. Ich bleib bei meiner Friese. Taucheranzug, eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaub, den nehm ich mit. War sonst noch irgendwas witziges hier? Eine Harpune. Ich wette, man braucht die Harpune, um das richtig zu machen. So, Moment, ich will nochmal hier drüben hin. Oh, hier geht's nicht durch. Ah, muss ich wirklich komplett wieder außen rum? Hab ich jetzt irgendwie keinen Bock. Hab ich jetzt irgendwie keinen Bock. Wir schauen mal, ob's da hinten durchgeht. Aber allein für den Fischwerfer hat sich's gelohnt. Ich glaub, hier geht's. Ja, hier geht's sogar hinten rein ins Schiff. Wahrscheinlich wäre das der richtige Eingang gewesen. Ich bin irgendwie so einen inoffiziellen Cheat-Eingang gegangen. Und dadurch hab ich das ganze eventuell ein bisschen zerrissen. So, Moment. Äh, ich würde ganz gerne hier noch ein bisschen leveln. So. Schießen. Schießen wäre eigentlich ganz gut. Überleben. Überleben. Äh, vielleicht sollte man sowas mitnehmen. Das hier ist eine geile Fähigkeit. Level 80. Mann, hier kann man ganz schön weit leveln. Bei Prügeln irgendwas Neues? Der nächste Scheiß dauert ewig. Was ist denn das hier? Oh, das brauch ich. Das brauch ich unbedingt. Level 65. Ja, viel Spaß, Frank, ne? Da musst du noch verdammt viele Zombies töten. Wie das Ganze weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Dann nehme ich mir hier den Exo-Anzug und hole mir die nächsten Psychopathen. Wie immer, Bewertung nicht vergessen, wenn ihr heute eine Doppelfolge sehen wollt. Danke fürs Zusehen. Beim nächsten Mal wieder rein ditschen. Und... Tschüss! Tschüss!